Ich bin Pascal Wohlwender. Ich leite hier zusammen mit Isabel Abt die Ausstellung der virtuellen Realität am Gässli Film Festival. Das ist hier im Safe for the Mitte einer alten Bank. Wir haben hier einerseits beispielsweise einen Film über den Westflämischen Dialekt. So, I made a VR experience where you're inside a Westflamish pub, but it's completely drawn by hand with pencil on paper. It's kind of interactive because when you look around to the people sitting next to you, they notice and the longer you look at them, the more annoyed they get. It's spoken in this very specific Westflamish dialect. It's up to you to find out how far you want to push them. Oben hat es ein Wölfel. Ich weiss nicht genau was der Name ist. Ich nenne den DJ Wölfel. Ich bin Felix Isenbart. Ich bin Ghent, aus Belgien. Ich bin jetzt mit einer AR-Installation. Es ist ein Kube, 2.4 Kubik. Ich denke, jeder hat das Gefühl, dass die Welt jetzt nicht in die richtige Richtung geht. Alles ist Chaos und ich denke, das war meine Inspiration für das machen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier wieder hier bin. Ich bin auch glücklich, dass ich meine Installation zeigen kann und hoffentlich auch andere Leute mag es. Also die Ausstellung geht von Montag bis Sonntag jeweils immer von halb 2 bis halb 8 Uhr. Da kann man dazwischen kommen und gehen, wie man will. Wenn man ein Billett mal gekauft hat, dann kann man den ganzen Tag auch wieder raus und rein gehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020